Wir sind heute auf große Tour in die Zürichkanton und da ist Zugersee. Schöner Panorama, aber heute nicht so gut Wetter, aber hier auch so keine regnet. Und das ist das zweite Ziel. So, und jetzt jetzt zurückkommen. Rund um 400 Meter und in die Meere. Schöner Panorameturm. Rund um der ganze Schwyzerwand. Hier ist ein kleiner Tour, mich vorher zu besuchen. Hier ist ein ganzes Tour. Es ist auf der Hand. Heute ich besser managier mit Energie und nachher ein Trip von Bar bis Zürich top. Ich habe ca. 60% Batterie, das ist nicht schlecht. Immer muss gut managiert mit Batterie und nachher ist es gut. Projektmäßig ist es auch gut, weil in Phasen von Projekten ist es immer... ...und jetzt schon die Tour an die Turm. Ich habe 4,50 Meter über die Tour. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und jetzt ein anderer Panorameturm und von da ist es schon, wir schauen, wenn die zurückkommen. Und da ist es zu gerne. Eins, zwei, drei. Wenn man ganz schnell zählen muss, dann... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017